Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Und heute mit insgesamt 10 Fakten über die Chimera, ein Tierwesen, welches den ein oder anderen von euch wahrscheinlich noch eher unbekannt sein sollte. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, aber bevor ihr das macht, solltet ihr euch das Video anschauen, deswegen will ich nicht lange weiterquatschen und wünsche euch hier Spaß. Fakt Nummer 1 Bei der Chimera handelt es sich um ein sehr gefährliches und seltenes magisches Tierwesen. Ganz besonders sein Äußeres hat einen unverkennbaren Wiedererkennungswert. Der Kopf der Chimera ist nämlich der eines Löwen, sein Leib der einer Ziege und abgerundet wird das Ganze nochmal mit einem Drachenschwanz am Hinterteil der Chimera. Fakt Nummer 2 Wie gerade schon kurz erwähnt, handelt es sich bei der Chimera um ein sehr gefährliches Tierwesen. Sogar so gefährlich, dass sie vom Zaubereiministerium in die höchste Gefahrenstufe XXXXX einsortiert wurden, was sie als potenzielle Zaubererkiller und als unzähmbar deklariert. Fakt Nummer 3 Ursprünglich stammt die Chimera aus Griechenland, hat sich aber von dort aus schon in ganz Europa verbreitet. Wenn auch in sehr geringer Stückzahl. Fakt Nummer 4 Die Eier der Chimera sind ein extrem wertvolles, aber auch verbotenes Handelsgut unter Zauberern und Hexen, weshalb diese zu den nicht verkäuflichen Gütern der Klasse A zählen. Fakt Nummer 5 Innerhalb der Wizarding World hat die Chimera ein paar kleinere Erwähnungen und Auftritte. So gibt es zum Beispiel nur einen bekannten dokumentierten Fall von einem Zauberer, der es geschafft hat, eine Chimera zu töten, bis er anschließend vor Erschöpfung selbst starb. Oder der berühmte Quidditch-Spieler Day Lavelin, der im Urlaub in Griechenland von einer Chimera getötet wurde. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6 Die Chimera kann auch zur Gestalt des Dämonenfeuers werden. So geschehen in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, als Vincent Crabb sein Dämonenfeuer im Raum der Wünsche losließ. Fakt Nummer 7 Auch in diesem Fall war die Chimera keine Erfindung Rowling, sondern entstammt ursprünglich der griechischen Mythologie. Dort war die Chimera die Tochter von Typhon und Eschitna. Die Chimera wurde von dem Helden Belarophon, Sohn von Poseidon, mit Hilfe seines geflügelten Pferdes Pegasus gejagt und getötet. Die Aussage im Film zu Fantastic Beasts, dass die einzige bekannte Tötung einer Chimera dazu geführt hat, dass der Zauberer von seinem geflügelten Pferd heruntergefallen ist, ist eine direkte Hommage an eben diese Geschichte. Fakt Nummer 8 Die ursprüngliche Version der Chimera aus der griechischen Mythologie unterscheidet sich dann aber äußerlich schon ein wenig von der aus Rowlings Wizarding World. Ursprünglich werden Chimeras nämlich mit drei Köpfen beschrieben. Ein Löwenkopf auf der Vorderseite, ein Ziegenkopf, der aus dem Hinterkopf des Löwenkopfes austritt und einen Schwanz, der mit einem Schlangenkopf bestückt ist. Fakt Nummer 9 Auch in der Medizin ist die Chimera bzw. der sogenannte Chimerismus bekannt. Dort beschreibt es nämlich einen Gendefekt, wenn mehrere genetische Muster in einem einzigen Organismus zusammenlaufen, weil sich zwei oder mehr befruchtete Eier in einem einzigen Embryo vereinen. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10 Optische Anzeichen, zum Beispiel des Löwenkopfes, zeigen nicht, ob es sich bei der Chimera um ein männliches oder weibliches Exemplar handelt. Denn obwohl der Löwenkopf in Hogwarts Mystery eine Mähne hatte, war die Chimera nicht männlich, sondern weiblich. Ja, das war mein kurzes, knackiges Faktenvideo über die Chimera. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Logo da. Und wenn ihr dann noch was Zeit übrig habt, checkt gerne mal die anderen beiden Videos hier an der Seite ab und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR